Moment mal, sie hat ihre Kappe gesagt. Kann es sein, dass sie sie überlebt hat? Glaubst du auch mich nervt? Die war schon zu gleich. Es ist da, mein Lieber, wo wir wieder beginnen können. Skipping stones, braiding hair. Last year's antlers mark the trail. Take us back, oh, take us back, oh, take us. Assi, wo ist? Ja, wo ist es dein? Nee, das ist dein. Und ich hätte den Namen immer ein. Oh, wie ein Assi mit Pärschen, cool. Abel's Leiche. Abel's Leiche. Willi's da oben. Willi's. Willi's. Willi's Leiche. Willi's Leiche. Moog. Sein neues Zuhause. Ich weiß nicht, ob jetzt noch was kommt. Der Koch, ja. Der Koch stammt, ja. Was machst du denn da, Schlawiner? Was? Sie hat so überlebt. Cool. Cool. Was? Sie sah auch schon mal besser aus. Weißt du was? Behalt sie, wenn du willst. Ich leg sie in unser Zimmer. Ich habe auch eine Überraschung für dich. Komm mit. Ich will dir was zeigen. Was denn? Sie hat es überlebt? Aber ich warte schon mal kurz, dass sie gesagt hat, du hast ihre Kappe gefunden. Was schaukeln wollte, stimmt. Für mich? Ja. Willi hat geholfen sie zusammenzubauen. Komm schon, ich schubs dich an. Ich fliege. Ich fliege. Ich fliege. Ich fliege. Ich fliege. Oh, cool. Essen ist fertig. Komm zur Tourzeit. Du bist die beste Clan. Es wird kalt. Na komm, los. Rein essen. Los. Lass uns essen. Wir kommen. Manon, Tennessee. Ob er die Jameson kam. Oh, cool. Das ist cool. Sie haben ein neues Zuhause gefunden. Komm doch mal. Komm doch mal. Ups, die hat er gesagt. Nee, mach das nicht. Aber die macht das selber. Ich kann es besser. Ja, Spaß, Leben. Ist das lecker? Nachschlag, bitte. Schauen. Hast du was geschmeckt? Oh. Boah. Das ist so cool. Das ist so cool. Das ist so cool. Mit meiner Augenklappe und deinem Stumpf sind wir echte Piraten? Ja, dazu recht. Ihr könnt doch bei sie so tief. Ich wollte noch warten, bis du fit bist. Aber wie ich mich auf dem Schiff verhalten habe, war echt unfair. Ja. Ich war so durch. Wegen Lilly und Minnie. Ich war außer mir. Ja. Schon okay. Du bist doch durch die Hölle gegangen. Und ich hab's zugelassen. Bin nur heilfroh, dass wir es daraus geschafft haben. Ja, das stimmt. Zeit für sich. Was sehen? Ja. Was sehen? Ja. Zeit außerhalb der Sicherheitszone. Irgendeine Karawane. Sind das böse Leute? Das wissen wir noch nicht. Morgen mitkommen und es rausfinden? Könnt ihr die Unterstützung gebrauchen? Auf jeden Fall. Hey. Hey. Louis, hm? Hm. Klingt ja ganz schön gefährlich für... Naja. Es sieht nach einer weiteren Stimme aus, dass du mitkommst und mich beschütztest. Ich wäre beruhigt, wenn du mitgehst. Irgendein muss ja auf ihn aufpassen. Ich kann ja auch hier mal. Das ist der Zeitpunkt, wo du mir sagst, dass du sehr vorsichtig sein wirst. Alles okay? Ich bin einfach nur müde. Gehen wir an die Stücke. Ich habe dich. Tut mir leid. Schon gut. Ich starre auch manchmal drauf. Wenn nur du und ich allein da draußen...